Es wird nicht gut gehen. Du fährst einfach durch. Ziehst möglichst viele auf dich. Und ich? Ich gehe einfach hinten rum. Den Hügel runter zur Garage. Scheiße. Ich brauche nicht lang. Gib mir ein paar Minuten. Ich hole das Teil, du kommst zurück, wir hauen ab. Nachdem ich ein paar von denen umgelegt habe. Du willst wohl unbedingt rauf gehen. Wie gesagt, heute noch nicht. Na los, ihr verdammten Fixer! So, haute Freunde. Da sind wir wieder. Part 2 unserer Days Gone Angezockt Session. Mittendrin. Ja, gut. Wir versuchen uns mal leise zu verhalten. Das sind irgendwie Kinder, die da vorne rumkrabbeln. Freaker-Kinder? Ich weiß nicht. Gucken wir mal. Okay, wir müssen uns auf jeden Fall irgendwie hier durchsneaken. Bevor wir das machen, wir haben noch zwei Verbände. Ich würde sagen, wir benutzen einfach mal einen. Dann warte ich auf 100. Und stellen dann gleich einfach nochmal einen her. Zack. So. Und als Zweitwaffe... Doch, wir haben eine Pistole dabei. Alles klar. Wie können wir die schnell wechseln? Mit Dreieck wechseln wir schnell auf die Pistole. Alles klärchen Frage selber beantwortet. Ist immer am besten. Also ganz ehrlich, ich würde sagen, erstmal machen wir die Taschenlampe aus. Sieht übrigens sehr cool aus mit dem Regen. Ja, ich würde sagen, wir schleichen versuchen uns natürlich vorbeizuschleichen. Weil alles andere wäre... ...einer Selbstmord, glaube ich. Ach, hier ist direkt einer. Na toll. Kriechen können wir nicht. Können wir hier raufspringen? Ach, du Scheiße. Ich würde sagen, wir probieren einfach mal uns hier außenrum zu schleichen. Ich weiß halt, kann halt überhaupt noch nicht einschätzen, wie gut die uns hören können, ne? Was ist denn jetzt so? Oh Gott. Hinter Büschen kannst du dich tarnen. Wenn du noch nicht entdeckt wurdest, bleibe mit Kreisentdeckung, um unentdeckt zu bleiben. Sorge mit Stein für Ablenkung. Okay. Hä? Sorge mit Stein für Ablenkung hat er doch... Ach so. Ja. Okay. Also er scheint auf jeden Fall nicht gut hören zu können. Ich würde ihn trotzdem gerne ablenken, dass wir ihn einfach wegkriegen von hier. Interessiert ihn nicht. Okay. Gut. Und können wir ihn irgendwie takedown? Ich würde das Risiko eigentlich ungern eingehen. Okay. Da vorne hockt einer. Okay. Den müssten wir schon mal probieren wegzulocken, glaube ich. Der könnte sonst zu einem Problemchen werden. Okay. Bei ihm hat es geklappt. Ja, nun renn doch auch da hin, du Vollidiot. Mensch, ins Kind, hey. Für ein Hampelmann. So. Ich würde sagen, hier ins Haus rein. Ich hoffe, hier ist keiner drin. Können wir uns eigentlich an die Wände anlehnen? Ich weiß es gar nicht. Scheiße. Hier ist doch... Ist hier einer an dem Haus drin? Ich hoffe nicht. Oh, die ganzen Hinweise da unten. Drücke das, drücke dies, drücke das, tue das. So, wir haben jetzt auf jeden Fall als Nachkampfwaffe, wo wird der denn angezeigt? Unser Baseballschläger? Gar nicht. Okay. Ich würde den aber gerne reinnehmen wieder. Ach, da. Können wir dann auswählen. Okay. Ich würde jetzt halt mal interessieren, wenn wir uns an einen Rand schleichen, falls man das überhaupt machen kann. Ob wir den einfach takedownen können instant. Hockt da vorne einer? Nee. Okay, wir waren raus hier. Hier sind irgendwelche Kräuter. Ach du Scheiße, da sind die ja schon. Weg hier, weg, weg, weg. Oh Gott, ey. Ich habe ein bisschen Panik, weil ich kann nicht einschätzen, wie gut die uns hören oder können oder reagieren. Auf Bewegung im Umfeld. Wir können natürlich auch probieren, da in der Mitte das Haus noch mitzunehmen. Oh, da kommt der Spacken schon an. Ah, gut, okay. Erstmal locken wir ihn. Ich weiß nicht. Ihn locken wir erstmal weg hier. Wir haben aber nur eine begrenzte Anzahl an Steinen, ne? Können wir über den Zaun rüberklettern hier? Nee, macht er nicht. Ach du Scheiße. Noch nicht. Ich muss noch in Willys Werkstatt. Da müsste eine Benzinpumpe sein. Dann leg den Zaun zu. Ich bin an ein paar von diesen, äh, Dingern vorbeigefahren. Die Zeile, die die Ripper bauen. Äh, Segel. Ja. Und das heißt, dass hier irgendwo sind. Voll krass, wie sich der dicke Ast hier biegt. Muss ja sehr windig sein. Okay. Dann runter in die Garage hier rein. Hier sind wir erstmal einigermaßen sicher, glaube ich. Zumindest sind unten die ganzen roten Warenmarkierungen weg. Die eben nur auf der Karte da zu sehen waren. Okay. Hier nehmen wir natürlich mit, was wir kriegen können. Schalldämpfer. Ah, sehr schön. Bringe deine Waffe mit einem Schalldämpfer zum Schweigen. Wähle eine kompatible Waffe im Überlebensrad aus und drücke zum Anbringen. Ja, eins. Ich würde sagen, das machen wir mal direkt. Das hätte uns nämlich eben auch schon weitergeholfen. Auf jeden Fall. So. Wie können wir das jetzt hier machen? Ach da, mit R1 anbringen. Denk mal, bei der Schrotflinte wird es nicht möglich sein, einen Schalldämpfer anzubringen. So. Schalldämpfer haben wir drin. Sieht jetzt mal ja so nach so einem provisorischen Ding aus. Müssen wir mal gucken, wie lange wir den verwenden können. Ach, jetzt hat er die Holz... Nee, 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 nimm mal wieder den Baseballschläger rein, bitte. Eigentlich solltest du ja auch hier das Kerosin mitnehmen. Gut, das haben wir. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal die Schallgedämpfte rein. Alter, hier kommt irgendeiner, oder? Benzinkanister. Wenn du dir ein Kanister... Immer wenn ich lesen will, dann geht dieser Hinweis da weg, ey. Okay, gut. Egal. Mit dem Kreis können wir uns wieder ducken. Dann erstmal raus hier wieder. Tür schließt sich von alleine, sehr praktisch. Diese automatischen Türen. So, was haben wir hier? Brombeeren oder was? Ah ne, schwarze Krähenbeeren, ja. Was sind denn schwarze Krähenbeeren? Wenn explosive Objekte von Kugeln oder anderen getroffen werden, können sie in die Luft... Blablabla, okay. Gut, hier vorne sollen wir rein. Ich würde sagen, wir machen es mal ganz... Alter, hat der uns gerade gesehen? Ach, das sind doch die Viecher, die er nicht angreifen, weil die... Ist ja gruselig. Hat uns gerade nochmal so angeguckt. Also, ich glaube, ich habe gelesen... Das sind diese Freaker-Kinder. Und die greifen einen nämlich nur an, wenn man schon fast tot ist. Das werden wir hoffentlich nie erfahren. Auf jeden Fall beobachtet uns dieses Mistvieh. Alter, du kriegst gleich eine Kugel im Kopf. Irgendwie können die ja... Doch noch ein bisschen denken anscheinend, oder? Schiebst du doch das Ding einfach weg? Ja, übers Dach. Genau, wo das Baby-Freaker-Scheiß-Ding gerade hochgesprungen ist. Ja, das dachte ich mir. Dann machen wir mal kurz einen Prozess mit dem Viech. Ja, so ist es gut. Ja, nicht schlecht. Komm schon, komm schon. Wenn man die angreift, dann... ...greifen sie einen wahrscheinlich dann doch an. Macht ja auch Sinn. Okay, dann... ...gucken wir nochmal kurz, was hier oben liegt. Hier hat sich's mal einer gemütlich gemacht auf dem Dach. Okay. Dann rein hier. Na, komm. Nein! Alter, er hat uns die Hälfte von der Energie abgezogen. Und dieses kleine... ...wollte eigentlich den Baseball-Schläger reinnehmen. Kerosin nehmen wir natürlich mit. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwas brauchbares finden. Ach, links sieht man übrigens... ...weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Äh, nee, rechts. Neben der Karte... ...siegt man nur kleines Lautsprechersymbol. Das zeigt an, wie laut wir sind. Hab ich auch gerade erst selber entdeckt. Okay, wenn wir geduckt sind... ...dann sind wir quasi lautlos. Alles klar. Nochmal Kerosin, sehr schön. Kerosin brauchen wir für die Herstellung von den Mollis, ne? Genau, da brauchen wir Kerosin. Hier steht jetzt gar nicht, wie wir das herstellen können. Oder? Ach doch, Verbände können wir herstellen. Ach so, und Medikits können wir gar nicht herstellen anscheinend. Die finden wir nur. Okay, dann würde ich sagen, wir benutzen mal einen Verband jetzt noch schnell. Hat uns ja doch ein bisschen was abgezogen. Das kleine Mistviech. Viech hat da... Hier liegt noch ein Zettel. Sammelobjekt, okay. Nehmen wir mit. Okay, wenn wir immer in den Auswahlmenü sind, dann... ...verlangt sich auch alles in Zeitlupe. Hier muss doch irgendwo eine Benzinpumpe sein. Eine Benzinpumpe hier, oder? Okay, scheiße, die scheinen ihn zu haben. Findende Buser. Okay, machen wir gleich. Die paar Minuten wird da ja wohl nur aushalten. Erstmal nehmen wir hier noch die Teile mit, wenn wir schon mal hier sind. Doch, in der Ansicht sieht man doch die Teile. Wären auf jeden Fall markiert. Ach so, das... Die weißen Pfeile sind im Nebenraum anscheinend. Gucken wir mal. Ach nee, draußen. Halt durch, Busman, ich komme. Schön mit der Sonne. Dieser durchschimmert. Wo bist du, Mann? Diese Tattoos sind tote Symbole eines toten Mannes. Tote Symbole der Verirrten. Runter von mir! Scheiße, Arschlöcher! Du musst hinabsteigen, Weikermann. Denn du bist verirrt. Und... Wir zeigen ihn dir. Du bist keiner der Vordelle. Du bist der Verehrte. Du bist verirrt. Steig hinab. Steig hinab. Leicht mich! Hinten! 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 Gehe hinter etwas in Deckung, indem du dich daneben duckst. Okay, können wir also doch in Deckung gehen. Scheiße! Schulterwechsel. Drücke X beim Zielen mit L2, um die Schulter zu wechseln. Das ist eine Funktion, die ich fast nie benutze. Aber schadet auch nichts, wenn sie da ist. Scheine ja nette Typen zu sein. Wo sind sie denn? Ach, da sind sie. Hey! Hier drüben! Ihr Dreckkerle! Weg von ihm! Ah, Schlecher! Kommt schon! Okay. Der ist tot. Ach, Rückzug. Du wirst dich nicht mehr zurückziehen. Du kannst hier sterben, sag ich dir. So. Na, bleib liegen! Ah, doch. Oh, fuck! Als ob sie mich erwartet hätten! Fuck! Die kamen! Die kamen ganz plötzlich! Okay. Meine Arm! Nicht hinsehen! Mein scheiße Arm! Im Ernst! Nicht hinsehen! Nicht hinsehen! Los, steig auf! Ah, scheiße! Los, los! 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 Okay, driften kann man auch. Anscheinend. Ach, die Ladezeiten, die könnten ja ein bisschen kürzer sein. aman, ich… beeint otros! Ok… ... Ja, das hilft auch nichts, wenn man die Ladezeiten mit 100.000 Tipps vollpackt… Ich dachte unten, der weiße Balken bedeutet jetzt, wann es zu Ende geladen ist. Ich werde mich wohl noch mal vorstellen. Oh Gott sei Dank. Ich gehe raus und hole mein Bike. Ich suche was für deinen Armen. Kommst du klar? Ja. Gut. Ich sehe beim Nero Kontrollpunkt nach. Die haben bestimmt Verbandszeug oder Schmerzmittel. Warte, lass mein Bike nicht da. Nein, 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 ich werde zu Fuß gehen, solange es draußen noch hell ist. Hey, ich habe Munition, wenn du was brauchst. In der Truhe an der Tür. Danke. Hey, lass meine Flinte hier. Ah, Boozer. Also gut. Danke. Danke, Mann. Ich fühle mich ohne Sie so nackt. Okay, so Waffenschränke gewähren dauerhaften Zugang zu eingekauften Waffen. Waffen, die du im Feld findest, werden aber nicht in deinem Waffenschrank gelagert. Okay. Überprüfe den Waffenschrank. Handfeuerwaffe. Primärwaffe. Haben wir nichts. Ah, das ist unsere Handfeuerwaffe. Und die Armbrust. Hm, an wen erinnert einen denn die Armbrust? Aus einer endapokalyptischen Zombieserie. Hm, egal. Die nehmen wir natürlich. Je mehr Bolzen du herstellen kannst. Hä? Je mehr Bolzen du herstellen kannst, hast, umso vielseitiger wird die Armbrust. Na gut. Komisches Deutsch. Egal. Eignet sich besonders für Tarnangriffe. Nachladen dauert länger. Gut. Und die haben wir jetzt mitgenommen. Als Primärwaffe. Ach ne, hier. Also wir haben sie auf jeden Fall auf dem Rücken. Können sie aber noch nicht auswählen. Hier ist noch ne Munitionskiste. Okay, da können wir uns anscheinend bedienen. Genießen wir noch erstmal die geile Aussicht, würde ich sagen. Ja, da können wir nicht meckern. Ohne, sieht schon ziemlich fett aus. Wenn man auch bedenkt, wie alt die Playstation ist mittlerweile. Gefällt mir auf jeden Fall. Definitiv. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Wie es weiter geht. Trifft da in den Bergen. Kehre zu deinem Bike zurück. Ach, richtig. Unser Bike. Das haben wir ja noch gar nicht. Es liegt ja immer noch da, wo wir es liegen lassen haben. Verdammt. Versteckt haben. Usa. Dein Arm wird eben nicht wieder. Scheißdreck. Ich muss was für seinen Arm finden. Der Arm sah übel aus, ja. Ist ja auch kein Wunder, wenn man da mit dem Schweißbrenner direkt reingeht. Und drücke L3, um zu sprinten. Den, den Tipp kennen wir doch schon. Voll. Kerosin haben wir voll. Wenn wir Kerosin voll haben, dann können wir aber eigentlich noch Molly basteln, würde ich mal sagen. Können wir das nämlich gleich mitnehmen. Zack. Okay, hier können wir jetzt auch die Armbrust wählen. Müssen wir mal gucken, ob wir denn die abgeschossenen Bolzen auch wieder einsammeln können. Bolzen herstellen. Ein Armbrustbolzen kannst du selbst herstellen. Für das Holz benötigst du Zedern-Setzlinge und Schrott für die Spitze. Okay. Kombiniere die beiden über Lebensrad, indem du die Armbrust. Blablabla. Was ist denn mit dem? Ich nehme nicht Busa-Spike. Ich muss meins holen, bevor es dunkel wird. Okay, danke. Dann hätten wir das auch erklärt. Mal gucken, wie viele Bolzen haben wir denn. Sechs Bolzen haben wir dabei. Uns fehlen aber Zedern-Setzlinge, um noch welche herzustellen zu können. Was zum Teufel? Usa, bist du wach? Was ist das denn? Merdig. Was gibt's? Ich hab da gerade jemanden ums Versteck schleichen sehen. Was zum Henker? Was hat der vor? Keine Ahnung. Ich werde ihm folgen. Mal sehen, ob da noch mehr sind. Wie gesagt. Scheiße auf Koblenz. Ich mach das nicht für ihn. Dicken Ende. Okay, ich hab mal nebenbei ein paar Bolzen für uns hergestellt. Zielen sinken. Armusbolzen werden durch die Schwerkraft beeinflusst. Sie sinken auf dem Weg zu dem Ziel immer mehr zu Boden. Wenn du auf etwas weit entferntes schießt, solltest du höher zielen. Okay. Okay, hier liegt eine Leiche, aber plündern können wir den nicht. Oh, ich glaube wir dürfen nicht zu weit wegrennen. Lass mal. Das nehmen wir noch mit hier. Was war das für ein Kraut? Da gibt es noch ja Längen. Stand da mit Tarnangriff. Mit Kreis drücken. Tarnung, Markierung. Weil wenn du das fernlässt, mit Steuerkuss nach vorne drücke R2, um Gegner zu markieren. Wenn du Gegner markierst, kannst du ihre Bewegungen leichter verfolgen. Verfolgte menschliche Gegner zeigen ihre Aufmerksamkeitsstufe in der Hand. Räume das Blinderkirp. Okay. Ja, scheiß auf euch.